Hey Cutie, schön, dass du da bist. In diesem Video werde ich dich in den Schlafzählen fangen bei 10 an, zählen uns vor zu 1 und mit jeder Zahl, die ich sagen werde, musst du ein klein wenig entspannter werden, okay? Von 10 bis 1, jede Zahl macht dich entspannter und müder, okay? Immer ein klein wenig müder, bis du bei der 1 dann bereit bist zu schlafen, okay? Wir fangen mit der 10 an und jetzt möchte ich, dass du es dir ganz, ganz bequem machst, okay? Leg dich ganz entspannt hin oder setz dich ganz entspannt hin. Schließ die Augen. Sehr gut, jetzt kommen wir zu nächstens, bist schon entspannt und jetzt nehmen wir zusammen 3 tiefe Atemzüge durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder ausatmen, okay? Durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder ausatmen, nochmal, durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder ausatmen, sehr gut. Und jetzt konzentrieren wir uns auf dein schönes Gesicht und jetzt konzentrieren wir uns auf dein schönes Gesicht. Und jetzt möchte ich, dass du überprüfst, in deinem Gesicht, welche Körperteile du alles angespannt hast. Und diese Körperteile lockerst du jetzt bitte, okay? Zum Beispiel deine Stirn, lass sie ganz, ganz locker. Nicht anspannen, nicht anstrengend. Mach dir keine Falten. Deine Haugenbrauen, lass sie einfach loshängen. Also hängen, auch deine Fangen, lass sie einfach ganz ruhig, auch dein Kinn und deine Zähne, drück sie nicht fest aufeinander. Lass sie einfach locker. Sehr gut, genau so. Und jetzt prüf, ob dein Gesicht ganz, ganz locker ist. Sehr gut, sehr gut machst du das. Kommen wir jetzt zu sieben. Und jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest von deinem Körper. Fangen an mit deinem Hals und deinem Nacken, lass sie einfach locker liegen. Sehr gut. Und deine Schultern, entspann deine Schultern und auch deine Arme. Lass sie einfach locker, genau wie deine Finger. Es gibt keinen Grund, sie jetzt anzuspannen. Lass sie einfach los. Und deinen Bauch einfach locker lassen. Genauso wie deine Oberschenkel, deine Knie, deine Waden, deine Füße und ja, auch deine Zehen. Lass deine Zehen ganz, ganz locker. Genauso meine ich das. Nimm dir nochmal einen Moment. Fühl in dich rein. Ist dein Körper jetzt ganz locker? Sehr gut. Jetzt kommen wir zu Nummer 6. Du bist schon entspannter. Und jetzt möchte ich, dass du an ein Ort denkst, an dem du das letzte Mal total entspannt warst. Vielleicht ja in deinem Bett beim Schlafen oder am Strand, wo du die Wellen rausschnürst in der Sonne liegst. Oder bei einem Waldspaziergang, wo du die Vögel zwitschern gehört hast. Es ist egal. Hauptsache du denkst daran, wie entspannt du warst. Versuchst jetzt genauso entspannt zu sein. Völlig, wirklich in diesen Moment hinein. Versuch die Luft einzuatmen, die da war. Versuch zu fühlen, wie sich dein Körper dabei angefühlt hat. Zu entspannen. Locker. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zur Nummer 5. Du bist schon viel, viel ruhiger. Und jetzt möchte ich, dass du dir einen Ort vorstellst, wo du gerne bist. Und jetzt stellst du an diesem Ort ein Mülleimer auf. Oder du gräbst ein Loch. Egal. Oder du machst ein Feuer. Es ist egal, was du tust. Und nun nimmst du all deine Drogen. Pack sie aus deinem Gehirn raus. Und schmeißt sie in den Müll. Oder du tust sie vergraben. Oder wirf sie ins Meer. Oder du verbrennst sie. Egal, was du damit machst. Pack sie einfach raus. Aus deinem Kopf. Egal, wie viel du jetzt darüber nachdenkst. Es wird dir sehr wahrscheinlich nicht helfen. Jetzt ist es halt zu schlafen. Und sich zu entspannen. Meistens bringen die Gedanken, die wir uns nachts darüber machen, auch nicht so viel. Am nächsten Tag sieht die Sache manchmal ganz anders aus. Versuch, all die Blockaden in deinem Gehirn loszuwerden, die dich jetzt daran hindern, zu schlafen. Okay? Pack alles aus deinem Gehirn raus. Was dich daran hindert, jetzt zu schlafen. Und tust weg, bis dich dein Gehirn ganz leicht und vielleicht auch ein wenig leerer anfühlt. Okay? Hör all deine Sorgen los. Schmeiß sie über Bord. Sehr gut. Gut. Wenn du soweit bist, fahren wir mit der Nummer 4 fort. Du bist schon viel entspannter. Jetzt nehmen wir nochmal die Veratmzüge durch die Nase. Dabei merkst du, wie ganz viel Entspannung in dich einströmt. Und beim Ausatmen ganz viel Anspannung aus dir wieder ausströmt. Du fühlst, wie die Entspannung in deinen Kopf steigt, in dein Gehirn, in dein ganzes Gesicht und sich dort ausbreitet. Dein Körper, in deinem Körper. Deine Entspannung fließt in deine Schultern, in deinen Bauch, in deine Oberschenkel, deine Wagen, deine Füße und in dein kleines Zehen. Deine ganze Entspannung atmest du jetzt. Ganz viel Entspannung fließt in deinem Körper, wenn die ganze Entspannung in dich einfließt. Du fließt überall hin, sogar in deine Ohren, überall auch in deinen kleinen Finger, in deine Nase, in deine Augen. Jetzt mit dem Ausatmen fließt die ganze Anspannung wieder aus dir heraus. Sehr gut machst du das. Sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir auch schon zu Nummer 3. Jetzt meinte ich, dass du ganz, ganz tief in deiner Unterlage versinkst, okay? Du fühlst, wie dein Körper ganz, ganz schwer wird. Aber wo auch immer du gerade drauf liegst oder sitzt, es supportet dich. Es ist kein Problem. Du kannst ganz, ganz tief in deine Bettlaken einsinken. Sinken, denn dein Körper ist ganz, ganz schwer und ganz, ganz müde. Du sinkst immer weiter und bist sehr, sehr entspannt. Sehr gut. Immer weiter mit jedem Atemzug. Bist du jetzt auch entspannter und sinkst noch ein klein wenig tiefer in deiner Unterlage, okay? Mit jedem Atemzug wird dein Körper schwerer und schwerer. Jetzt kommen wir zur Nummer 2. Du merkst, wie auch dein Kopf langsam ganz, ganz müde wird. Deine Gedanken immer weiter abdriften. Aber das ist okay. Lass es zu. Lass sie abdriften. Werde immer entspannter. Von jeder Sekunde. Jetzt kommen wir auch schon zu Nummer 1. Und jetzt versuch, einzuschlafen. Jetzt fallen diese bis zum Aufmermaht. ues Boom B